Hallo, wir sind für eine Woche mit der ganzen Familie in der wunderschönen Finca Cispares in der Nähe von Sonservera. Papa, was gefällt dir denn an der Finca so besonders? Ja, hallo, also wir sind letzten Samstag, wie gesagt, hier angekommen in der Finca. Wir sind sehr lieb und nett von dem Verwalter José begrüßt worden mit selbstgemachten Enzermadas, mit Obst, mit Getränken, mit Wein, alles super, die Zimmer sind toll, die Küche ist super eingerichtet und es ist überhaupt kein Staukorn hier zu finden, das ist wirklich richtig Staugebach. Und was kann man hier in der Nähe so erleben? Man kann zum Beispiel nach Arta fahren, das ist ein schönes kleines Städtchen, da kann man durchbummeln, ein bisschen einkaufen, lecker essen oder alternativ kann man auch nach Calamillo, ist auch sehr nah und da gibt es einen schönen Strand, wenn man baden möchte oder sonst auch für die Zeit verbringen möchte. Ihr seht, es gibt hier viel zu erleben und zu tun. Wir wünschen euch viel Spaß, wenn ihr eure Zeit hier in der Finca Cispares verbringen wollt. Finca Jorca. Urlaub dir was.